Es ist völlig egal, was natürlich ist. Heute das mega interessante Thema Appeal to Nature Fallacy, der logische Fehlschluss, wenn man sagt, ja, aber das ist natürlich, so wie Omnis diesen logischen Fehlschluss benutzen, um zum Beispiel zu sagen, ja, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen, das ist natürlich Fleisch zu essen, weil der Mensch das schon immer gegessen hat. Und heute werde ich mal diesen logischen Fehlschluss erklären und warum der unmittelbar zum Veganismus führt. Es ist nämlich so, dass wenn man ganz genau darüber nachdenkt, es völlig egal ist, was natürlich ist. Ja, Natürlichkeit sagt nichts über die Richtigkeit aus. Okay, ob etwas richtig oder falsch ist. Dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die man anführen kann, deswegen ist es nicht gerade das Schlauste zu sagen, aber es ist natürlich. Ja, wir machen das und das mit den Tieren, das ist natürlich. Dafür sind die Tiere da. Das ist einfach natürlich. Die Natur hat das so gemacht und es ist natürlich. Fangen wir einfach an mit dem ersten Beispiel. Der Stärkere überlebt. Das ist natürlich. Kennt ihr das? Survival of the fittest. Der, der am stärksten ist, der überlebt. Well, wenn wir uns das jetzt mal überlegen. Okay, sagen wir folgende Situation, wir spulen die Zeit zurück, 100.000 Jahre zurückgespult und jetzt haben wir da einen Mann, seine Partnerin und seine zwei Kinder. So, und jetzt bricht ein Winter an. Und da der Mann der allerstärkste davon ist, ja, der erwachsene Mann ist der allerstärkste davon und die kämpfen sich so durch den Winter und die zwei Kinder sterben und die Frau stirbt. Ja, das ist natürlich. Well, ist das gut? Ist das gut, dass die Frau und die zwei Kinder gestorben sind? Nein, ja, Survival of the fittest ist nicht gut. Ja, auch wenn es natürlich ist, ist es nicht gut. Gut wäre, wenn alle überleben. Das wäre gut. Das ist so der allererste Punkt, woran du siehst, etwas ist natürlich, aber schlecht. Natürlich kann schlecht bedeuten, natürlich kann gut bedeuten. Deswegen muss man da sehr, sehr aufpassen und am besten überhaupt gar nicht anbringen, dass mit natürlich, irgendwas sei natürlich und deswegen sei es gut. Gut, es ist natürlich, sagt nichts über die Richtigkeit aus, okay? Der nächste Punkt ist, sind Viren und Parasiten gut? Nein, die sind schlecht, aber die sind natürlich. Ja, die sind nicht gut. Schmerzen sind natürlich. Sind Schmerzen gut? Nein, sind sie nicht. Es ist egal, ob sie natürlich sind oder nicht. Also sie sind nicht gut. Der Mensch versucht immer Schmerzen zu meiden. Vergewaltigen ist natürlich. Ermorden ist natürlich. Das hat der Mensch schon immer gemacht. Das ist in der Natur des Menschen. Deswegen gibt es Gesetze, die dafür sorgen, dass man Natürliches nicht mehr macht, was man früher in der Natur gemacht hat. Was ganz natürlich war. Deswegen gibt es Gesetze, damit man dieses Natürliche nicht mehr macht, weil es für alle offensichtlich ist, dass es schlecht ist. Das Natürliche. Ja, das ist ganz schlecht. Heißt, sind Gifte natürlich? Ja, sind Gifte gut? Nein. Ist Strichnin gut? Solltest du Strichnin zu dir nehmen, weil es natürlich ist? Hast du dich mal informiert, was mit dir passiert, wenn du Strichnin zu dir nimmst? Du wirst einen unfassbar elendigen Tod sterben. Damit bringt man Leute um. Das ist so ein ziemlich übles Gift. Das hat etwas mit Muskelkontraktion zu tun. Und deswegen, es ist nicht gut, aber es ist natürlich. Es ist schlecht. Es ist natürlich. Okay? Tiere ermorden und essen ist natürlich. Das ist absolute Natur. Das hat man schon immer so gemacht und es ist schlecht. Nur weil es natürlich ist, sagt es nichts darüber aus, über die Richtigkeit. Du kannst nicht sagen, es ist natürlich, es ist gut. Also natürlich gleich gut. Das darf man niemals machen. Tiere ermorden ist nicht gut. Tiere ermorden ist schlecht, weil die Tiere einen Lebenswillen haben und leben wollen, so wie du und ich. Deswegen ist es schlecht und es ist natürlich. Es gibt dann, du kannst auch von der anderen Seite dir das angucken. Moderne Medizin ist unnatürlich. Es ist was völlig Unnatürliches. Du gehst ins Krankenhaus, da sind riesige Apparate, irgendwelche super teuren Geräte, irgendwelche Rohre, wo du reinfährst, die scannen dich und so. Alles mega unnatürlich. Aber gut. Mit moderner Medizin, das ist der Grund. Einer der Gründe, einer der Hauptgründe neben Ernährung, warum der Mensch so lange lebt. Weil die moderne Medizin aufrechterhalten kann. Deswegen, etwas völlig Unnatürliches ist gut. Deswegen auch hier noch so, mal von der anderen Seite betrachtet. Etwas, das unnatürlich ist, kann gut sein. Und jetzt der letzte und interessanteste Punkt, darüber müsst ihr wirklich mal nachdenken, ist zum Beispiel das Argument, dass der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat. Er hat sich daran gewöhnt. Das ist natürlich, Fleisch zu essen. Und der Punkt ist, es ist völlig ernährungstechnisch, es ist völlig egal, was der Mensch für eine Physiologie hat. Also ob der Herbivor ist, Omnivor oder Carnivor. Es ist völlig egal. Was die Natur des Menschen ist, ist völlig egal. Tatsächlich. Das Einzige, was relevant ist, ist Health Outcomes. Also wie gesund du bist, wie lange du lebst, mit welcher Ernährungsform. Herbivor, Omnivor, Carnivor. Ernährung, okay. Und jetzt mache ich mal das Beispiel. Sagen wir sogar mal, dass der Mensch ein Carnivor ist. Du kannst sagen, in einer Debatte, das ist für alle, die Debatten halten, auch ganz, ganz wichtig, das zu lernen, das mit der Natürlichkeit. Du kannst sogar, wenn jemand sagt, es ist natürlich, Fleisch zu essen, wir sind sogar Carnivore von Natur aus, kannst du ihm sogar sagen, okay, sind wir. Okay, es ist natürlich, Fleisch zu essen. Du gibst ihm zweimal recht. Das Problem ist, das sagt ja nichts aus über die Richtigkeit und ob man das auch machen sollte. Darüber sagt es nichts aus. Sagen wir, die Menschen sind Carnivore. Was für eine Rolle spielt das? Auf diesen Punkt bin ich gekommen, durch Vegan Gains und diese ganze Geschichte mit, darf man Hunde und Katzen vegan ernähren? Weil der ist einfach so da dran gegangen, anstatt mit Natürlichkeit dran zu gehen, was ist die natürliche Ernährung für Hund und Katze? Der ist so dran gegangen, dass er sich gesagt hat, well, was ist richtig und nicht natürlich? Es geht um Richtigkeit immer. Was ist richtig und nicht, was ist natürlich? Es spielt keine Rolle, was natürlich ist. Und da ist dann die Wissenschaft gegangen und hat sich angeguckt, ob Katzen auch zum Beispiel die Carnivore sind, ob die halt genauso lange leben, wenn man die vegan ernährt, zum Beispiel die Katzen. Und das tun sie oder plant-based. Genau wie wir wissen, dass der älteste Hund der Welt, Bramble, das war ein vegan ernährter Hund, ist 27 Jahre geworden. Und es ist wahrscheinlich nicht die natürliche Ernährung von einem Hund, also vegane Ernährung ist wahrscheinlich nicht die natürliche Ernährung für einen Hund, aber es ist die beste Ernährung für einen Hund, wie man sieht. Er ist der älteste Hund der Welt geworden. Und deswegen daran siehst du, es ist völlig egal, was die natürliche Ernährung von einem Hund ist. Es ist völlig egal, was die natürliche Ernährung für einen Mensch ist. Und das Einzige, was dich interessiert, sind Health Outcomes, die Wahrscheinlichkeit für Krankheiten und wie alt der Mensch wird. Und deswegen hier nochmal der Case. Sagen wir, der Mensch ist ein Carnivore. Du bist dafür gemacht, nur Fleisch zu essen. Das ist deine natürliche Ernährung. Ist das die richtige Ernährung? Well, gucken wir in die Wissenschaft und finden heraus, dass der Carnivore-Mensch, die beste Ernährung für den Carnivore-Menschen, ist eine vegane Ernährung. Genauso wie bei einem Hund, der kein veganes Tier ist, kein Herbivor ist, ist die beste Ernährung eine pflanzliche Ernährung. Oder das gleiche gilt für den Menschen. Deswegen seht ihr, es ist völlig egal, auch wenn wir sagen, unser Darm wäre ganz kurz, so wie bei Carnivoren. Und die ganze Physiologie, wir hatten hier ganz lange Zähne zum Beispiel. Es ist völlig egal. Das Einzige, was interessiert ist, du gehst in die Wissenschaft und guckst dir an, welche Ernährung ist die beste für den Menschen. Und das sagt dir, was du machen solltest, anstatt deine Natur, die völlig irrelevant ist. Weil wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, es ist so, wie überall steht, der Mensch ist ein Omnivor. Ist es jetzt richtig, sich Omnivor zu ernähren? Ja, anscheinend ja nicht. Es ist das am besten. Es ist am besten für den Omnivor-Mensch, sich Herbivor zu ernähren. Das ist der ganze Punkt, den man verstehen muss. Es ist egal, was natürlich ist, Leute. Es zählt nur, und du guckst dir an, wer lebt halt lange. Du guckst dir Blue Zones an, da wo die Menschen alle High Carb leben, alle Plant Based leben. Obwohl der Mensch ein Omnivor ist, sagen wir, oder Carnivor, ist völlig egal. Da leben die Menschen am längsten und sind am gesündesten, die die meisten Pflanzen essen. Weil dann sollte man sich ganz genau so ernähren, völlig egal, was natürlich ist. Okay? Und deswegen auch die Sache zum Beispiel mit Vitamin B12 oder Nahrungsergänzungsmitteln. Die sind ja so unnatürlich. Weil es ist völlig egal, ob die unnatürlich sind. Man weiß, du kannst einfach, das ist jetzt ein anderer Punkt, zum Beispiel der Ethikpunkt. Und es ist natürlich, Tiere zu töten zum Essen. Das ist völlig natürlich. Aber ist es richtig? Nein. Und sagen wir, auch noch so ein mega gutes Beispiel. Sagen wir, der Mensch hat schon immer in der Geschichte der Menschheit, hat er schon immer sein Vitamin B12 aus Tieren bekommen. Sagen wir, Tiere stellen B12 her, was sie nicht tun. Das tun Mikroorganismen, das ist ein ganzes Gewuselthema. Aber sagen wir einfach mal, es wäre ganz normal. Die würden das ganz normal herstellen, so wie der Mensch Cholesterin herstellt. So würden alle Tiere B12 herstellen. Und wenn du diese Tiere isst, kriegst du dein B12 und das war's. Bist du gut versorgt. Deswegen wurde es natürlicherweise so gemacht, dass der Mensch Tiere essen muss, um sein B12 zu kriegen. Das ist natürlich. Okay, sagen wir einfach mal. Und jetzt sind wir aber keine Steinzeitmenschen mehr, sondern wir haben Technologie, die B12 wäre der einzige Nährstoff, sagen wir mal. Alles andere kriegt man aus Pflanzen. So, und jetzt ist die Zeit vorangeschritten und wir sind jetzt in der Zukunft im Jahr 2021. Der Mensch ist hochentwickelt und alles. Und wir können dieses B12 synthetisch herstellen oder es extrahieren oder was auch immer. Wir können die B12 bildenden Bakterien anbauen, die stellen B12 her, was auch immer. Auf jeden Fall musst du auf einmal nicht mehr, und wir haben diese Health Outcomes. Okay, wir haben diese Health Outcomes, dass vegan die beste Ernährung ist, aber vegane Ernährung ist unnatürlich, weil B12 nur in Tieren drin ist. Deswegen logisch, dass man dann Tiere isst. Aber jetzt sind wir so hochentwickelt, dass wir diese Health Outcomes haben, plus wir können B12 synthetisch herstellen, ohne dass Tiere dafür leiden müssen. Weil das heißt, man muss als Mensch einmal die Woche eine Pille nehmen, die komplett clean ist, da ist nur B12 drin und Reismehl. Und deswegen, was ist jetzt richtig, das Natürliche zu machen, also Tiere töten zu lassen, im Blut zu baden, Versklavung der Tiere, du musst sie erhalten, also Sklavenhaltung der Tiere. Und du musst sie ermorden lassen, gegen ihren Willen, ihre Kinder wegnehmen, Milch zu trinken, was auch immer. Diese ganze Schändung, dieses ganze Massaker an den Tieren veranstalten. Oder die B12-Pille zu nehmen und diese Health Outcomes zu kriegen, diese Health Outcomes zu kriegen und diese ganze Massaker nicht mehr anrichten zu müssen. Dieses ganze Blutbad. Was ist jetzt richtig? Es ist richtig, die B12-Pille zu nehmen und der gesündeste Mensch zu sein, nach den Health Outcomes, nach der Wissenschaft, die zeigt, dass die, die sich nur von Pflanzen ernähren, die gesündesten sind. Ganz genau das ist richtig, obwohl es komplett unnatürlich ist. Du musst ein synthetisches Vitamin nehmen und dein Körper ist halt ein omnivorer Körper oder sogar ein karnivorer Körper. Es ist von Natur aus. Und das ist das ultimative Beispiel, es ist irrelevant, was natürlich ist. Also du könntest so gesagt, das ganze Thema, ob der Mensch herbivore ist, omnivore, karnivore, kannst du einfach vergessen. Das ist eigentlich irrelevant. Es zählen nur die Health Outcomes. Es zählt nur das, was die Wissenschaft sagt, was das gesündeste ist und das, was moralisch am allerbesten ist. Tiere töten oder nicht töten? Natürlich ist nicht töten besser. Deswegen kannst du auch das nicht töten jetzt machen, weil es B12-Pillen gibt. Weil du machst etwas völlig Unnatürliches und das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Das Unnatürliche. Das ist so ein interessanter Gedankengang, den man im Kopf haben sollte, vor allem auch fürs Debattieren, weil Menschen sehr, sehr gern mit Natürlichkeit ankommen. Und Natürlichkeit ist völlig irrelevant. Das muss man verstehen. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut erklärt. Ich finde, das sollte ziemlich, ziemlich klar werden. Aber das ist so ein lustiges Thema, wenn man mal darüber nachdenkt, wie schlecht die Natur sein kann, die den Menschen schadet und Schlechtes macht. Und das Unnatürliches, wie unfassbar gut Unnatürliches sein kann. Moderne Medizin zum Beispiel, die den Menschen das Leben rettet und irgendwelche Narkosemittel. Willst du, wenn du dir irgendwas gebrochen hast und irgendwas muss geschnitten werden, irgendwas, deine Blinddarmentzündung, Blinddarme muss rausgeschnitten werden. Willst du, dass das mit einer Betäubung abläuft oder willst du das bei vollem Bewusstsein durchmachen? Oh, jetzt zum Glück haben wir die moderne Medizin, die dich betäuben kann. Das ist so unfassbar gut, diese unnatürliche Medizin. Siehst du, das ist einfach der Punkt. Vitamin D-Pillen sind ziemlich unnatürlich. Was würden die Menschen ohne Vitamin D-Pillen machen? Mit ihren extremen Mängeln rumlaufen, so wie ich einen hatte. Per Test nachgewiesen, guckt euch das Video an, alles verfügbar. Von daher, jeder, der seinen Vitamin D-Test hat einen Mangel, es sei denn, er hat B12 genommen. Von daher, zum Glück gibt es diese unnatürlichen Pillen, die einen zum Beispiel mit irgendwelchen Vitaminen versorgen. Oder zum Glück gibt es unnatürliche Medizin. Und zum Glück gibt es unnatürliche Handys und Computern, mit denen wir uns connecten können und uns Wissen einneignen können. Von daher, alles unnatürlich. Unnatürlich sagt nichts aus über Richtigkeit. Genauso wie Natürlichkeit nichts sagt über die Richtigkeit. Das ist so ein extrem wichtiges Thema. Okay, deswegen, einfach merken, es ist irrelevant, was natürlich ist. Es sagt nichts über die Richtigkeit aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, jeder konnte etwas mitnehmen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und kann mich gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Kommt auf Discord. Da können wir drüber sprechen. Der Link ist unten überall verlinkt. Und I see you next time.